Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Einheit in der Reihe Mathematik verstehen und anwenden, gehostet von der Steirischen Hochschulkonferenz. Mein Name ist Stefan Vorbach, ich bin Vizerektor für Lehre an der TU Graz und ich habe die Freude, heute durch den Abend zu begleiten. Unser heutiger Gast ist Professor Bernd Metznarz von der Fachhochschule Joanneum hier in Graz. Professor Metznarz hat an der TU Graz technische Physik studiert und dort auch 2003 promoviert. Er war anschließend Universitätsassistent am Institut für Bioinformatik und Genomik. Er wechselte 2005 an die FH Joanneum und an das Institut für Luftfahrt. Als Associate Professor war er für die Abhaltung von zahlreichen Lehrveranstaltungen aus dem MINT-Bereich verantwortlich und seine Arbeiten wurden auch schon viermal mit dem Teaching Award ausgezeichnet. Seit 2020 ist er am Institut als Studiengangsleiter für das Bachelorstudium Luftfahrt tätig und in seiner Forschung beschäftigt sich Professor Bernd Metznarz unter anderem mit der Forschung und der Entwicklung und der Regelung von Drohnen. Und das ist auch schon das Stichwort für das heutige Thema, das da lautet, wenn Mathematik abhebt, wie werden Drohnen mit linearen Gleichungssystemen gesteuert? Freue mich sehr, bin schon gespannt auf den Vortrag und bitte begrüßen Sie gemeinsam mit mir heute Professor Bernd Metznarz. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, bitte um den Vortrag und im Anschluss lade ich jetzt schon ein, im Chat, ich sage wie gewohnt, Fragen zu stellen, die während dieser Einheit auftauchen werden. Mein Name ist Bernd Metznarz, ich bin Studiengangsleiter hier an der FV Ioneum am Studiengang Luftfahrt Aviation, habe zuvor Technische Physik studiert und ich halte hier Vorlesungen über Physik, Mathematik und Flugregelungstechnik und in der Forschung beschädige mich primär mit der Entwicklung von neuartigen Drohnenkonzepten. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag, wenn Mathematik abhebt. Die Mathematik hat ja sehr viele Anwendungen, man kann mit ihr sehr viele Probleme in Technik, Naturwissenschaft und auch der Wirtschaft lösen und im heutigen Vortrag wird es darum gehen, warum man die Mathematik braucht, um eine Drohne zu steuern, um zum Beispiel komplexere Flugmanöver durchzuführen, wie ich es euch jetzt zeigen möchte. Dazu hebe ich mal mit meiner Drohne ab und mache mal zum Beispiel einen Wurzelbaum nach vorne oder auch zurück, also schon ein sehr komplexes Flugmanöver oder ich kann mit der Drohne eine Gierbewegung machen, nach links und rechts und dann, bevor sie mal abstürzt, versuchen wir wieder eine sichere Landung durchzuführen. Warum braucht man hier die Mathematik? Im Speziellen brauchen wir lineare Gleichungssysteme, um aus diesen Steuerkommandos die entsprechenden Rotordrehzahlen zu berechnen. Schauen wir uns zunächst jetzt einmal an, was man unter einem linearen Gleichungssystem überhaupt versteht. Ja, was verstehen wir jetzt grundsätzlich einmal unter einem linearen Gleichungssystem? Das ist einfach ein System aus mehreren linearen Gleichungen für mehrere Variablen für die Unbekannten. Ein einfaches Beispiel, und zwar das Einfachste, was wir uns überhaupt vorstellen können, wäre ein 2x2-System, also zwei Gleichungen hier für die Variablen x und y und zwei Unbekannte, eben x und y. Jede dieser Gleichungen können wir in der Ebene, in der x-y-Ebene, einfach als Geraden darstellen und der Schnittpunkt dieser beiden Geraden ist dann die Lösung des Gleichungssystems, in diesem Fall für x 10 Drittel und für y 7 Drittel. Das ist also jener Punkt, wo beide Gleichungen simultan erfüllt sind. Es gibt dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten für das System. Es könnten die Geraden zum Beispiel auch keinen Schnittpunkt haben. Wenn sie parallel sind, dann gibt es keine Lösung. Oder die Geraden könnten identisch sein, dann gibt es beispielsweise unendlich viele Lösungen. Wie man das Gleichungssystem mathematisch löst, das lernen Sie dann eben im Schulunterricht und es gibt verschiedene Verfahren, die wir uns auch später noch kurz anschauen werden. Vielleicht ein komplexeres Beispiel noch, wenn man mehrere Unbekannte hat, dann werden diese oft durchnummeriert von x1 bis x4 zum Beispiel. Hier hätten wir eben ein 4x4-System, wobei auch nicht alle Variablen in allen Gleichungen involviert sein müssen. Ja, was haben wir jetzt aber diese Gleichungssysteme mit der Steuerung von Drohnen zu tun, ist die große Frage. Und dazu schauen wir uns einmal die Freiheitsgrade, also die Bewegungsformen einer Drohne im Raum an. Zum Beispiel haben dieses Quattrocopter. Im Prinzip hat jeder Körper im Raum sechs Freiheitsgrade für drei rotatorische Bewegungen und für drei translatorische Bewegungen. Aber beim Quattrocopter können wir nur vier direkt ansteuern. Und zwar wäre das eben die Bewegung nach oben und unten, längs der Z-Achse über den Gesamtschub. Dann gibt es noch die Gear-Bewegung. Das ist sozusagen die Drehung um die vertikale Achse, um die Hochachse des Fluggerätes. Wenn man nach links und rechts fliegen möchte, muss man zunächst eine Rollbewegung durchführen, eben nach links oder nach rechts. Und wenn man nach vorne zurückfliegt, dann hat man eben die sogenannte Nick-Bewegung. Das ist dann die Drehbewegung um die Querachse. Und um diese Bewegungen jetzt durchführen zu können, muss man entsprechend die Drehzahlen berechnen. Würdet ihr als Pilotinnen und Piloten die Drehzahlen direkt mit der Fernbedienung versuchen, zu kommentieren, also alle vier Drehzahlen händisch bedienen, dann hätte es keine Chance, da kann man noch so gut sein, würde man das nicht schaffen. Und deswegen brauchen wir eben die Mathematik, die eben den Zusammenhang zwischen den vier Bewegungsformen und den roten Drehzahlen über so ein lineares Gleichungssystem herstellt. Und dieses Gleichungssystem, das sich hier ergibt, schaut so aus. Hier sieht man eben die linke Seite mit den vier Unbekannten. Das wären in dem Fall die Drehzahlen mit entsprechenden Koeffizienten davor für den Schub, für das Drehmoment. Und die rechte Seite sind die Steuerkommandos für den Gesamtschub, das Gieren, das Rollen und das Nicken. Und um dieses Gleichungssystem jetzt aufzustellen, müssen wir quasi die Physik in die Sprache der Mathematik übersetzen. Dazu muss man uns ein bisschen anschauen, wie die Aerodynamik von einem Propeller grundsätzlich funktioniert. So ein Propeller, wie er hier verbaut ist, sind im Prinzip zwei Tragflügelprofile, die sich durch die Rotationsbewegung einfach durch die Luft bewegen. Und jedes Tragflügelprofil erzeugt einen aerodynamischen Auftrieb. Und beide Propellerblätter haben diesen Auftrieb und das ergibt dann in Summe diesen Gesamtschub hier, der nach oben wirkt, also senkrecht, auf die roter Plattebene. Mit dem Auftrieb ist aber auch ein aerodynamischer Widerstand verbunden, der jetzt entgegen der Bewegungsrichtung jeweils zeigt, von einem Propellerblatt als auch vom anderen in die Gegenrichtung. Und damit entsteht ein sogenanntes Kräftepaar, das zum aerodynamischen Drehmoment führt, entgegen der Drehrichtung des Propellers. Also zusammengefasst haben wir beim Propeller eben eine Gesamtschubkraft und ein aerodynamisches Drehmoment. Beide, das ist jetzt wichtig, sind quadratisch proportional zur Drehzahl, was dann unsere Variablen sein werden. Aufgrund dieses aerodynamischen Drehmoments, das die Propeller haben, hat man bei der Drohne auch immer jeweils zwei Rotoren, die sich in eine Richtung drehen und zwei Rotoren, die sich genau in die Gegenrichtung drehen, damit dieses aerodynamische Drehmoment, wenn alle Rotoren dann die gleiche Drehzahl haben, ausgeglichen wird. Weil ansonsten würde die Drohne ständig um die Hochachse gieren. Ihr kennt das wahrscheinlich beim Hubschrauber, der nur einen Hauptrotor hat. Damit der sich nicht ständig aufgrund des Drehmoments um die eigene Achse dreht, gibt es den Heckrotor, der dieses Drehmoment ausgleicht. Das ist also auch eine Bedingung des Drehmomentenausgleichs. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Gleichungen an für die verschiedenen Bewegungsformen. Als erstes untersuchen wir mal nur das Schweben oder beziehungsweise das Steigen und das Sinken. Und hier ist es, glaube ich, relativ einfach. Da müssen wir einfach die vier Schubkräfte aller vier Rotoren addieren. Das ergibt dann hier die Gesamtschubkraft. Wir machen uns jetzt das Lehm auch noch ein bisschen leichter. Das ist mir als Mathematiker immer versucht, sich das Leben möglichst einfach zu machen. Und zwar verwenden wir jetzt nicht die Drehzahlen zum Quadrat, sondern wir bezeichnen das Drehzahlquadrat einfach mit x1, x2, x3, x4 für die einzelnen Rotoren entsprechend. Das Drehzahl zum Quadrat muss auch noch direkt mit einem Koeffizienten, dem sogenannten Schubkoeffizienten, multipliziert werden, damit man dann wirklich eine Kraft in Newton bekommt. Also für den Gesamtschub addieren wir jetzt einfach diese vier Rotordrehzahlen und das ergibt dann die gesamte Schubkraft. Wollen wir, dass die Drohne einfach schwebt, dann muss die Schubkraft einfach das Gewicht kompensieren. Wollen wir steigen, brauchen ein bisschen mehr Schub. Senken, einfach ein bisschen weniger Schub. Das wäre hier also die erste Gleichung, der Zusammenhang zwischen der Schubkraft und den vier Drehzahlen vereinfacht gesagt. Als zweites schauen wir uns jetzt die Gierbewegung an. Und zum Gieren müssen wir jetzt die Drehmomente, die aerodynamischen Drehmomente der Rotoren aufaddieren. Und zwar, wie wir hier in der Skizze sehen, haben wir ja eben zwei Rotoren, die grünen, die gegen den Uhrzeigersinn drehen und zwei Rotoren, die im Uhrzeigersinn drehen. Und die Drehmomente der Rotoren 1 und 3 drehen hier die Adirma, die drehen gegen den Uhrzeigersinn. Und davon ziehen wir die Drehmomente, weil sie in die andere Richtung zeigen, der Rotoren 2 und 4 ab. Weil die jetzt nicht alle die gleiche Drehzahlen haben, bleibt sozusagen was übrig. Das Drehmoment ist nicht ausgeglichen und es kommt hier zu einem resultierenden Drehmoment, groß G, das dann dafür verantwortlich ist, dass die gesamte Drohne, wenn man das möchte, zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die Gleichung schaut also so aus, dass wir eben die Drehzahlen gegen den Uhrzeigersinn addieren und die Drehzahlen im Uhrzeigersinn davon subtrahieren. Das Ganze wird wieder mit einem Koeffizienten multipliziert, um dann zu diesem Gierkommando, zum Giermoment zu kommen. Das wäre also schon die zweite Gleichung. Wir machen aber keine Angst, wir machen jetzt nicht alle vier Gleichungen, sondern nur noch eine dritte, die die Rollbewegung beschreibt, weil Rollen und Nicken ist physikalisch im Prinzip gleich. Hier ist es wieder etwas anders. Um zum Beispiel die Drohne entsprechend zu rollen, müssen die Schubkräfte hier der beiden, dieser beiden Rotoren größer sein als die Schubkräfte dieser beiden Rotoren, damit dann halt ein resultierendes Drehmoment entsteht, wiederum, dass die Drohne zum Beispiel hier noch rechts neigt oder umgekehrt noch links neigt. Dabei muss man aber auch achten, dass die Drohne, wenn wir hier die Drehzahlen erhöhen, nicht gleichzeitig zum Gieren beginnt. Deswegen können wir nur jene Drehzahlen von gegenläufigen Probellern beispielsweise erhöhen, also vom weißen und vom schwarzen in dem Fall. Dadurch entsteht eben das Rollmoment um die Längsachse oder um die X-Achse. Wie wir hier dann sehen, addieren wir wieder die Drehzahlen der Rotoren 1 und 4, also der beiden auf der linken Seite, multiplizieren die wieder mit dem Schubkoeffizienten, um zur Kraft zu bekommen und multiplizieren es dann noch mit dem Abstand von der Drehachse. Kraft mal Abstand ergibt dann das Drehmoment. Und das gegendrehende Moment der Rotoren 2 und 3 wird hier ganz einfach abgezogen und das ergibt dann das resultierende Rollmoment. Und dabei, das ist jetzt sozusagen schon ein bisschen das Trickreiche, muss man dabei achten, dass man die Drehzahlen derart erhöht und erniedrigt, dass aber der Gesamtschub gleich bleibt. Man möchte ja nicht, dass bei der Rollbewegung die Drohne diesen macht, also abstürzt beispielsweise. Also muss wieder das Gewicht kompensiert werden. Und auch muss das Drehmoment ausgeglichen sein, weil wir wollen auch nicht, dass bei der Rollbewegung die Drohne wieder wild zum Gieren beginnt. Also die ersten beiden Gleichungen müssen dabei gleichzeitig wieder berücksichtigt werden. Genau. Und dasselbe Spielchen, das machen wir dann noch für die Nickbewegung und das kommt dann zu diesem wunderschönen 4x4 Gleichungssystem. Jedes Steuerkommandoschub, Gieren, Rollen, Nicken stellt eine Gleichung dar für die vier Unbekannten, für die vier Rotordrehzahlen. Ja, jetzt müssen wir das System lösen. Also in Wahrheit muss man nicht als Drohnenpilotin oder als Pilot dann jetzt mal das Gleichungssystem lösen, sondern es wird dann fix im Autopiloten einprogrammiert, der uns dann das Fliegen wesentlich erleichtert. Und dazu lernt man dann im Schulunterricht verschiedene Verfahren. Ganz komplizierteres Verfahren wäre zum Beispiel die Lösung mit der sogenannten Inversen Matrix. Da wendet man dann die Matrizenrechnung an. Ein sehr, sehr bekanntes Verfahren ist der sogenannte Gauss-Algorithmus. Der ist schon über 2000 Jahre alt, wurde aber nach dem fantastischen Mathematiker Karl Friedrich Gauss benannt, der euch vielleicht was sagt. Der war auch ein Wunderkind. Da erzähle ich euch vielleicht eine kleine Geschichte im Mathematikunterricht. Der junge Gauss war sieben Jahre alt und der Lehrer wollte halt einmal eine ruhige Stunde haben und hat die Schüler damit beauftragt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Das rechnet man schon ein bisschen länger. Er denkt 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis plus 100. Das ergibt schon eine große Zahl. Und der Gauss war in 10 Minuten fertig oder in 5 Minuten fertig, weil er hat sich gedacht, er addiert einfach jeweils die erste und die letzte Zahl, nämlich 1 plus 100, 2 plus 99, 3 plus 98, weil das ergibt jeweils 101. Und das macht er 50 Mal, bis er bei 50 plus 51 angekommen ist. Also hat er nur 50 mal 101 multiplizieren müssen. Und da kommt dann 5050 heraus. Und damit war er schon fertig, während die anderen noch fleißig drauf losgerechnet haben. Und das hat er mit sieben Jahren ist er schon auf diese Idee gekommen. Es ist dann die Summenformel einer arithmetischen Reihe. Ja, soweit nur ein bisschen zum Gauss eine Geschichte. Dann gibt es noch andere Verfahren wie Substitution, Grammersche Regel. Auf das möchte ich jetzt aber sozusagen nicht im Detail eingehen. Wir schauen uns vielleicht nur ein bisschen den Gausschen-Algorithmus an. Beim Gauss-Algorithmus wird das Gleichungssystem hier in diesem Schema nur geschrieben. Und zwar verwendet man nur die Koeffizienten, also eben für den Schub, für das Moment, für Kraft und Tablearm. Schreibt es symbolisch hier in dieser Matrix an. Und dann ist es Ziel des Algorithmus, die Elemente, die hier in dem Dreieck grau hinterlegt sind, auf Null zu bringen. Indem man einfach vielfache, zum Beispiel von der ersten Zeile, von der zweiten Zeile abzieht, damit hier eine Null entsteht. Und das macht man sukzessive für alle Elemente in dem Dreieck. Und dann verbleibt eine letzte einfache Gleichung nur für das x4, die man dann direkt lösen kann. Dann haben wir die Lösung für das x4, können sie oben einsetzen in die dritte Zeile und kriegen auch die Lösung für das x3. Und so weiter geht es dann, bis man auch die Lösung für die erste Drehzahl hat oder für das erste Drehzahlquadrat. Letztlich kommt dann die allgemeine Lösung für die vier Drehzahlen aus diesen Steuerkommandos, Schub, Gieren, Rollen, Nicken, so heraus. Ich habe es da ein bisschen vereinfacht. Diese ganzen Koeffizienten Ks, Km und L habe ich auf 1 gesetzt. Das ändert am Grundprinzip nichts, aber die Lösung ist ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Das schaut für alle Gleichungen eigentlich ähnlich aus, nur wechseln die Vorzeichen noch an bestimmten Muster ab. Und ohne Mathematik würde man, glaube ich, nie auf die Idee kommen, die Drehzahlen auf diese Weise zu berechnen. So, schauen wir uns nur exemplarisch ein paar Beispiele an. Es ist ja immer wichtig, wenn man eine Lösung hat, die auf Plausibilität zu untersuchen, ob das einen Sinn ergibt. Und wenn man jetzt als erste Überprüfung nur das Schweben anschaut, beim Schweben sagt uns alle der Hausverstand, dass alle vier Drehzahlen gleich groß sein müssen. Und es muss auch in der Lösung sich wiederfinden. Und tatsächlich, wenn wir hier schauen, wenn man nur für das S, also das Schub, zum Beispiel 60 Newton eingeben, das wäre eben eine Drohne mit einem Gewicht von, oder mit einer Masse, muss ich als Physiker richtig sagen, von 6 Kilogramm entspricht ungefähr 60 Newton. Dann würde herauskommen, dass jede, dass alle vier Drehzahlen gleich sind und den Betrag 15 in dem Fall haben. Weil ich immer alle Koeffizienten auf 1 gesetzt habe, ist das 15 nur eine Hausnummer, das sind nicht 15 Umdrehungen pro Minute, das wäre viel zu klein. Aber alle vier Drehzahlen sind zumindest gleich. Und weil man eben zwar gegenläufige Rotoren-Systeme hat, ist auch das Giermoment ausgeglichen. Wie schaut jetzt die Lösung aus, wenn man schweben und gleichzeitig gieren möchte. Also dieses hier macht, was ich euch auch am Anfang noch gezeigt habe. Das heißt, zusätzlich zum Gewicht geben wir noch ein Gierkommando hier in der M420 dazu. Und was kommt dann heraus? Wir sehen, dass die beiden Rotoren 1 und 3, das sind also diese beiden grünen Rotoren, eine höhere Drehzahl haben. Die haben auch die gleiche Drehrichtung und damit das gleiche Giermoment und die anderen beiden Rotoren eine kleinere Drehzahl. Auch das macht dann Sinn, weil insgesamt entsteht ein resultierendes Drehmoment und gleichzeitig bleibt aber die Gesamtschubkraft erhalten, weil man zwei Rotoren erhöht, die Schubkräfte und die anderen beiden um den gleichen Betrag verringern. Und die Drohne schwebt und macht dann gleichzeitig die Gierbewegung, um zum Beispiel in eine andere Richtung zu fliegen. Schweben und rollen wäre das nächste Beispiel. Das möchte ich jetzt aber überspringen. Schauen wir uns gleich noch ein noch Komplexeres an. Schweben, gieren und rollen. Das heißt also, die Drohne soll schweben, gleichzeitig eine Gierbewegung machen und zur Seite rollen. Das können wir nur mehr mit der Mathematik lösen sozusagen. Das tut man sich auch mit dem Hausverstand schon schwer. Wenn wir also uns diese Kommandos jetzt in die Lösungen einsetzen, Gewichtskraft, Gieren, Rollen, dann kämen für die Drehzahlen 25, 5, 15 und 15 heraus. Hier in der Skizze habe ich das auch schön eingetragen. X1 hat die höchste Drehzahl 25, also der erste Rotor hat die größte Drehzahl, der zweite hat nur 5, die kleinste und die beiden hinteren haben die gleichen Drehzahlen. Was muss jetzt erreicht werden? Wir wollen ein Giermoment und ein Rollmoment und gleichzeitig das Gewicht kompensieren. Das Giermoment, also die hinteren beiden Rotoren, die gleichen alles aus oder die gleichen sich selbst sozusagen aus. Die haben das gleiche entgegengesetzte Giermoment und haben auch die gleiche Schubkraft, sodass es hier zu keinem Rollmoment kommt. Das Rollmoment wird nur erzeugt aufgrund der ersten beiden Rotoren, weil es hier einen Schubkraftsunterschied ergibt und damit halt ein Drehmoment, dass die Drohne um die X-Achse rollt. Und auch das Giermoment wird nur von den vorderen beiden Rotoren erzeugt, weil wir hier immer größeres haben und hier ein kleineres und das kompensiert sich nicht mehr und es führt zu einem Giermoment, zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn. Also das ist schon eine recht diffizile Lösung, die man aber mit diesem Gleichungssystem ganz einfach finden kann. Ja, das war jetzt das ganze dargestellt an einem Quattrokopter. Wir haben eben vier Bewegungsmöglichkeiten und vier unbekannte, vier Drehzahlen. Also ein quadratisches System, das, wenn sie es physikalisch, mathematisch nicht widerspricht, auch immer eindeutige Lösung hat. In der Praxis hat man aber auch kompliziertere Drohnen, zum Beispiel Hexakopter mit sechs Rotoren oder Oktokopter mit acht Rotoren. Und hier ist es dann nicht mehr so einfach, weil man hat nur vier Gleichungen und acht unbekannte, zum Beispiel beim Oktokopter. Und damit entsteht ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Und dieses unterbestimmte Gleichungssystem hat unendlich viele Lösungsmöglichkeiten. Na ja, wir müssen uns jetzt auch nicht davon aussuchen, aber welche sozusagen aus den unendlich vielen. Und dazu braucht man zusätzliche Bedingungen. Und das ist jetzt das Fantastische, weil diese zusätzliche Bedingung kann man zum Beispiel so wählen, dass der Energieverbrauch am geringsten wird. Nun ist es ja heutzutage mit Klimawandel extrem wichtig, dass wir nicht unnötig Energie verbrauchen. Und die Mathematik liefert hier auch eine sehr elegante Lösung, nämlich jene mit dem minimalen Energieverbrauch. Also man kann die acht Rotoren so ansteuern, dass für die entsprechenden Manöver der Energieverbrauch am geringsten ist. Ja, der Vortrag heißt, wenn Mathematik abhebt und warum werden lineare Gleichungssysteme zur Steuerung von Drohnen verwendet. Aber lineare Gleichungssysteme haben noch viel, viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, auch im Bereich der Luftfahrt. Zum Beispiel zur Berechnung vom aerodynamischen Auftrieb an der Tragfläche mittels CFD. CFD heißt Computational Fluid Dynamics und ist ein Näherungsverfahren, ein numerisches Verfahren, mit dem man die Strömung an der Tragfläche um einen Tragflügel herum berechnen kann und damit Auftrieb, Widerstand, Druckverteilung und so weiter berechnen kann und auch wieder optimieren kann. Wenn man das physikalisch modelliert, entsteht ein riesiges Gleichungssystem mit über einer Million von Unbekannten, das dann mit einem Hochleistungsrechner gelöst wird und es braucht mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage, um exakt die Strömung um einen Tragflügel beispielsweise zu berechnen. Eine andere Variante, wo man Gleichungssysteme auch braucht, ist zur Strukturberechnung mittels FEM, also das heißt Finite Elemente-Methode, wo man dann die Spannungen in einer Tragfläche beispielsweise berechnet. Auch das läuft auf ein lineares Gleichungssystem hinaus. Ja, ich hoffe, es hat euch der Vortrag gefallen. Ihr seht einfach, dass die Mathematik sehr viele Anwendungsmöglichkeiten hat, die man sich gar nicht mehr wegdenken könnte, zum Beispiel in der Luftfahrt. Es würde kein einziges Flugzeug, keine einzige Drohne fliegen, wenn nicht die Mathematik hier uns die Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Regelung und in der Steuerung geben würde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt jetzt gerne im Chat Fragen stellen. Übrigens, wenn man Mathematik nicht genug aufpasst und sich bei der Lösung von einem Gleichungssystem vertort, dann kann schon auch mal was schief gehen. Noch funktioniert's. Ups. Das war jetzt übrigens nicht ich, sondern das war die Mathematik. Herzlichen Dank für den sehr, sehr spannenden Einblick in die Welt der Drohnen. Und ich habe gesehen, im Chat sind schon die ersten Fragen auch eingetrudelt. Ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, auch weiter Fragen zu stellen. Starten wir vielleicht mit der ersten Frage. Die lautet, wie würde denn das dann bei Trikoptern, also solche mit nur drei Rotoren aussehen? Wie schaut da das Gleichungssystem aus? Ja, beim Trikopter, man hat ja nach wie vor die vier Gleichungen, die vier Bedingungen für Schub, Gieren, Nicken und Rollen und so weiter, aber man hat eben nur drei, hätte eigentlich nur drei Rotoren, sodass man mit einem Trikopter eigentlich nicht fliegen kann. Man braucht ja noch eine vierte Unbekannte, die man sozusagen steuern kann, weil sonst ist das Gleichungssystem einfach nicht lösbar. Und deswegen funktioniert ein Trikopter auch nur dann, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das quasi da ein Rotor weg wäre. nur dann, wenn zumindest ein Propeller auch noch drehbar wäre. Weil dieser drehbare Propeller macht es dann, dass sozusagen auch das Giermoment ausgeglichen ist und die Drehung des Propellers selbst, also nicht um die eigene Achse, sondern um eine Achse, die parallel zum Arm ist, ist dann sozusagen die vierte Unbekannte. Allerdings ist es dann so, dass die Kräftemomente über den Sinus zum Beispiel des Drehwinkels eingehen und das Gleichungssystem dann kein lineares Gleichungssystem mehr ist. Es ist dann auch das Produkt des Drehwinkels des Propellers mit der Drehzahl entscheidend. Also auch das ist dann ein Grund, warum es dann nicht mehr linear ist und nicht mehr so einfach zu lösen ist. Ja, weitere Frage aus dem Chat geht, glaube ich, da war die Rede von dem Oktokopter und der Zielfunktion Energieverbrauch. Die Frage lautet, welche Eigenschaften hat die Zielfunktion zur Minimierung des Energieverbrauchs? Ist sie linear, konvex? Und welche Algorithmen verwendet man dafür? Also diese Zielfunktion ist eine quadratische Funktion und die Minimierung folgt dann sozusagen auch auf ein lineares Gleichungssystem oder auf eine lineare Gleichung. Und zwar haben Moore und Benrose diesen Algorithmus entwickelt. Man spricht dann bei überbestimmten oder unterbestimmten Gleichungssystemen von dieser Moore-Benrose-Pseudo-Inversen. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Matrizenmultiplikation. Man arbeitet zwar dann nicht mit dem Gauss-Algorithmus, sondern eben mit der Matrix-Inversen, aber es ist doch eine lineare Operation. Also ist es immer so, eine quadratische Zielfunktion führt dann letztlich auf eine lineare Gleichung zur Optimierung und man kann die dann wirklich auch wieder ganz einfach einprogrammieren. Es ist sozusagen die Zusatzbedingung, ist mathematisch gebrochen, dass die Norm des Lösungsvektors, also die Summe der Xi-Quadratwurzel daraus, dass die minimiert wird. Und Energieverbrauch, ganz ehrlich, ist auch nicht ganz korrekt, sondern es ist dann eher die Leistung, weil dann physikalisch das Quadrat der Drehzahl mit der Leistung dann zusammenhängt. Ja, danke. Es ist noch eine Frage im Chat, die lautet, wie hängt die Lösung bei vier Rotoren denn von der Armlänge der Ausleger, auf denen die Motoren bzw. Rotoren sitzen, ab? Ja, die Armlänge. Die Armlänge ist verantwortlich für das mechanische Drehmoment. Also wenn ich hier habe die Schubkraft, mal den Abstand vom Schwerpunkt. Das ist sozusagen die Armlänge und das ist in dem Gleichungssystem einfach der Parameter L gewesen. Also es würde dann die Drehzahl zum Quadrat mit den Schubkoeffizienten, dass man auf eine Kraft kommt, mit der Armlänge multipliziert. Und das ist ein Koeffizient vom Gleichungssystem sozusagen. Also es ist überhaupt kein Problem, auch unterschiedliche Armlängen für jeden Rotor mit zu berücksichtigen. Ja, die nächste Frage betrifft den Ausfall eines oder mehrerer Rotoren. Sie lautet, was passiert im oder mit dem Gleichungssystem, wenn ein oder mehrere Rotoren ausfallen? Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil grundsätzlich würde man daran denken, wenn ein Rotor ausfällt, dass die Drohne dann abstürzt. Das hat man ja teilweise auch schon gesehen. Zum Beispiel bei unserem berühmten Skifahrer Marcel Hirscher bei einer Live-Übertragung. Allerdings ist da die Ursache nicht der Rotorausfall unbedingt gewesen. Jedenfalls hängt es dann davon ab, welche Konfiguration man hat. Bei einem Quattrocopter, wenn ein Rotor ausfällt, dann ist der nicht mehr steuerbar. Weil man ja wie gesagt vier Freiheitsgrade hat und nur drei Variablen dann, drei Drehzahlen. Das lässt sich dann einfach nicht mehr eindeutig lösen. Das heißt physikalisch, das ist dann eigentlich nicht mehr steuerbar. Und das Gleichungssystem, ja, was passiert im Gleichungssystem? Jeder Spalte entspricht in dem Gleichungssystem einem Rotor und es fällt dann diese Spalte einfach weg, sodass man dann nur mehr ein 4x3-System hat. Das wäre dann ein überbestimmtes System. Wir haben die vier Bedingungen, aber eben nur drei unbekannte. Und das ist daher so nicht mehr lösbar, dass man die Drohne steuern könnte. Wenn jetzt aber man einen Oktokopter hat und es fällt der Rotor aus, dann können die anderen die Aufgabe übernehmen. Und man würde dann sofort an der Lösung von dem gleichen System sehen, ob die Drohne trotzdem noch steuerbar ist. Weil ganz einfach gesagt, beim Oktokopter können sogar vier Rotoren ausfallen. Dann hat man noch immer einen Quattokopter und kann ganz gleich fliegen sozusagen. Kommt aber daran, welche vier Rotoren ausfallen. Weil wenn alle vier gleichdrehenden sozusagen ausfallen und die anderen dann auch gleichdrehend sind, dann würde man das auch im gleichen System erkennen, dass das dann sozusagen linear abhängig ist und nicht mehr steuerbar ist. Aber das ist auch eben sehr, sehr toll an der Mathematik, dass man sich teilweise gar nicht so physikalisch überlegen muss, geht das jetzt noch oder geht es nicht, sondern ich setze einfach die entsprechenden Rotoren Null, also die entsprechenden Gleichungen Null und schaue dann, kann ich es noch lösen. Und wenn, dann wäre es auch in der Praxis damit steuerbar und der Regler könnte dann entsprechend umschalten und die Drohne zumindest noch sicher landen. Ja, es gibt noch eine weitere Frage, die auf die Freiheitsgrade abzielt. Die Frage lautet, die Drohne hat, wie ausgeführt worden ist, sechs Freiheitsgrade. Warum reichen dann vier Gleichungen aus, um das zu lösen? Ja, es ist richtig, es gibt ja für jeden Körper im Raum sechs Freiheitsgrade, also drei transrotorische, nach vorne, zur Seite, nach oben, nach unten und entsprechend auch drei rotatorische und die drei Drehachsen. Und wenn man jetzt nur vier Rotoren hat, kann ich klarerweise im Prinzip nur vier Freiheitsgrade direkt ansteuern. Die anderen beiden werden, also zum Beispiel im Quattrokopter, werden dann indirekt angesteuert. Also man kann senkrecht bewegen, einfach durch Schubänderung. Man kann direkt drehen um alle drei Achsen, das geht unmittelbar. Aber ich kann zum Beispiel nicht nach vorne direkt fliegen, sondern ich muss zuerst drehen und dann aufgrund der Neigung des Schubkraftvektors fliegt die Drohne nach vorne. Oder wenn ich zur Seite fliege, muss ich auch zuerst drehen. Dann neigt sozusagen der Gesamtschubvektor und hat eine Komponente in horizontaler Richtung und fliegt dadurch zur Seite. Also man steuert sozusagen die zwei offenen Freiheitsgrade indirekt, vorher über die Rotation der Drohne. Man spricht in dem Fall von einem unteraktuierten System. Also wenn man weniger Steuergrößen, also in dem Fall weniger Rotoren hat, weniger Propeller hat, als Freiheitsgrade ist das System unteraktuiert. Das ist auch in der Regelungstechnik ein bisschen eine Herausforderung, das zu steuern. Bei der Drohne jetzt nicht so schlimm, aber in der Robotik stellt es oft größere Herausforderungen dar. Und es gibt auch Ansätze, dass man alle sechs Freiheitsgrade direkt ansteuern kann, indem man zum Beispiel Rotoren, also jetzt mindestens sechs Rotoren hat und ein paar davon sozusagen schräg ein bisschen zur Seite neigt, weil dann haben diese Rotoren auch Schubkraftkomponenten in horizontaler Richtung und können auch unmittelbar Kräfte sozusagen nach links, rechts und nach vorne und zurück ausüben, sodass man ohne vorher zu drehen auch horizontal sozusagen gieren kann. Das wäre ein möglicher Ansatz. Ja, vielen Dank. Mich würde selbst noch eine Frage interessieren, nämlich die Frage, ob diese Rotoren, in unserem Fall vier Rotoren, auch unterschiedlich groß sein können und was dann mit dem Gleichungssystem passiert. Das ist auch wieder mathematisch ganz einfach. Unterschiedliche Größe bedeutet einfach, dass dieser Schubkoeffizient des KS dann anders ist. Also es würde einfach in der Matrix des Gleichungssystems einen Koeffizienten sozusagen verändern. Gut, ich sehe im Chat jetzt keine weitere Frage und wir haben auch schon relativ viele Fragen beantwortet. Ich darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Bernd Messnaz für die sehr anschauliche Ausführung inklusive Vorführung bedanken. Ich glaube, es hat gezeigt, die heutige Einheit, wie anschaulich und wie praxisnah die Mathematik ist, dass sie uns auch im Alltag, im täglichen Leben begleitet und dass sie sehr nützlich ist dort. Herzlichen Dank für die Ausführungen und auch die Antworten auf die Fragen aus dem Chat und auch meine. Damit darf ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, einladen uns bei der nächsten Einheit im Rahmen dieser Reihe der Steirischen Hochschulkonferenz Mathematik anwenden und verstehen, einladen auch beim nächsten Mal dabei zu sein. Herzlichen Dank an unseren heutigen Gast und noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend und danke für die zahlreiche Beteiligung und die vielen Fragen, die Sie gestellt haben. Wiederschauen. 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 Wiederschauen.